Erster Rostocker Angriff nach dem 0 zu 1. Nach dem Einwurf wieder Jehlen, dann Finn Basel. Sieht alles normal aus, ist es aber nicht. Ein Filet-Stückchen. Der Neuzugang von Holstein Kiel, 21 Jahre jung, sein neunter Einsatz. Erste dann solch eine Bundesliga-Torschützen-Premiere. Ein bisschen Glück hat er sich verdient hier, leicht abgefälscht noch von Mijatovic zum 1 zu 1 Endstand. Erster Rostocker